Wir reden über den HSV und der Anlass ist ein sehr unerfreulicher. Die Schlagzeilen dieser Woche wurden beherrscht bei diesem Verein von zwei Spielern. Hier sehen wir es. Unfallflucht nach einem Crash in großen PS-Schleudern. Jean-Luc Dompet war selbst Fahrer, sein Mannschaftskollege William Mikkel-Brenzis war Beifahrer bei dem anderen Auto. Zeugen beschreiben das wie ein illegales Autorennen. Das wird jetzt von der Polizei ermittelt. Fakt ist, dass beide Fahrerflucht begangen haben, nachdem auf der Hafenstraße in Hamburg eben ein Unfall passiert ist. Zum Glück nur Sachschaden, zum Glück keiner verletzt, aber eben Unfallflucht. Und ja, ein katastrophales Bild, was diese beiden Spieler und damit auch der Verein an der Stelle abgibt. Was ist Ihr Gedanke, Herr Reif? Sie haben mit 73 viele Skandale und Fehlverhalten von Fußballprofis erleben müssen. Das ist leider ganz, ganz oben anzusiedeln bei dem Unsinn und Schwachsinn, den man verzapfen kann, weil es auch noch gefährlich ist. Nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Und mit dem hausgemachten Zeug, was der HSV über Jahre liefert, hat das aber nichts zu tun. Dafür kann der HSV nichts. Also ich glaube nicht, dass sie die aufgeforderte, die Clubleitung, die beiden aufgefordert hat, macht mal irgendwas wieder. Wir müssen mal wieder andere Schlagzeilen, als dass wir um den Aufstieg wirklich mitspielen. Wortlich läuft es zu gut. Ja, müssen wir ein bisschen mehr liefern. Können wir euch da was einfallen. Es ist zur Unzeit, aber sie gehen damit auch der Club offen um und da wird nichts verschwiemelt, sondern die zwei machen halt das. Wir haben doch eben gerade gesagt, junge Menschen, die lernfähig sind und so Götze, so mustergültig, wie man Dinge lösen kann, Probleme. Und hier sehen wir mustergültig, wie Fußballprofis auch zuweilen Dinge, Probleme schaffen, nicht lösen, sondern, weiß ich nicht, Langeweile, Auto zu groß, zu viel Geld. Und da müsste man, ich weiß nicht, wo man anfangen will. Du denkst gerade, nee, nicht HSV, lass weg, ist doch gut jetzt gerade. Lass sie doch einfach nur mal ihren Fußball spielen, vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Und dann kommt so ein Schwachsinn. Schlimm. Der Verein hat die Formulierung gewählt, an der ich mich ein bisschen störe, eine empfindliche Geldstrafe wird jetzt ausgesprochen. Ist das das, was reicht bei so einem Vorgang, bei dem Menschen zu Tode kommen können? Es sind aber keine zu Tode gekommen. Du musst es schon an den Fakten entlang machen. Was soll der Klub machen? Soll er sie rausschmeißen? Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber das geht mir zu weit. Das wäre mir zu weit. Aber nochmal, erstmal muss man noch genau sehen, was haben sie wirklich gemacht. Fahrerflucht reicht, um zu sagen, Jungs, drüber nachdenken, ja, könnte man sagen. Pass auf, es steht ihr für das, wofür dieser Klub steht. Es ist in diesen Zeiten aber ein bisschen viel verlangt. Das hatten wir im Sommer mit anderen Dingen. Es ist ein bisschen viel verlangt zu sagen, wir vergessen mal alles Sportliche. Der eine ist Stammspieler, der andere nicht so sehr. Sagen wir mal so, wir werden den HSV dran messen, wie sie mit, nicht, dass sie unterschiedlich mit beiden umgehen. Das würde mir nicht gefallen. Wenn sie sagen, eine empfindliche Geldstrafe, auf der anderen Seite, wir beide wissen, alle wissen es, was ist empfindlich für die Jungs. Da müsste der HSV, finde ich, eigentlich auch eine Transparenz herstellen, um so ein bisschen diesem, ich sag mal, Lächerlichkeit, Strafen, Vorwurf... Ja, aber sie haben ja nicht gesagt, das erfahrt ihr nicht, sondern sie haben gesagt, wir werden eine empfindliche. Und sie sind ja noch dabei am Evaluieren. Und das müsste schon so sein, dass selbst den beiden klar wird, um das nächste Auto müssen wir, glaube ich, ein bisschen weniger motorisiert, können wir uns nur weniger motorisiert leisten fürs Erste. Aber ja, das ist, so ist Profifußball auch. Es ist, und nochmal, wenn sie nur mit dem Finger zeigen, das sind junge Leute, die mit so jungen Jahren, mit so viel Geld und solchen Autos ausgestattet werden können und mit tausend anderen Dingen, dass da die eine oder andere den Verstand verliert, will ich noch Dinge. Aber sie müssen wissen, dafür gibt es Konsequenzen. Und so, dass sie es nicht vergessen und möglicherweise der eine oder andere, der auch in dem Betrieb drin ist, zu dem Schluss kommt, ich lasse das mal mit dem Autorennen auf einer öffentlichen Straße. Und sollte das eben bewiesen werden bei den Ermittlungen, dass es ein illegales Autorennen gewesen sein sollte, dann wird die Strafe nicht nur vom HSV empfindlich sein, sondern dann reden wir mindestens über Bewährungsstrafen. Das hoffe ich dringend, weil dann, wie gesagt, das ist eine öffentliche Straße. Wenn die dann auf irgendwelchen abgesperrten Flugplätzen Dinge machen, dann kommen wir dann schon wieder in Eigenverantwortung. Dann können die, bitte sehr, aber öffentliche Straße ist Straftat.